Kennst du ja die Lupe-Komplexe? Das stimmt nicht so. Ehrlich? Doch, eigentlich das war Lupe, ja. Ich hab ihn eigentlich gemocht. Ich war ein großer Ehrer auf dem Punkt meiner Kindheit. Ich war ganz traurig, dass er nicht leuchtet. Ich war eher so dieser Arm, die nicht auf dem Sonne ist. Deswegen auch DJ Coco. Nein, okay, wir sind am nächsten Mal. Ich weiß aber, ob ihr steht. Es gibt tatsächlich einen jungen Mann, dessen Namen ich gar nicht mehr sagen. Und dieser jungen Mann sorgt seit Monat in der Bibelbotschaft. Er soll doch zusammenkommen. Und da wollen wir mal einen Witz drauf haben.